Herzlich willkommen bei unseren Adventskalender, den 17. Wir öffnen unser Türschienen. Und was haben wir drin? Eine virtuelle Ausgabe von Magazin von Chipp.de zum Thema VR. Ja, da wird einfach beschrieben, dass da halt in der Armee auch eingesetzt wird und halt, was die Zukunft ist, was man damit machen kann. Für mich persönlich ist VR halt eine Spielerei. Nichts geht über einen guten Monitor. Also ich finde ganz einfach, VR hat keine Zukunft, weil es ist überteuert. Es macht keinen Sinn. Es gibt keine guten Spiele. Es werden auch keine guten Spiele dafür rauskommen. Wenn was das weiß ich nicht, was rauskommt, das reizt mir alles überhaupt nicht. Und ja, nichts geht über einen guten Monitor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.